Was ist los? Ich glaube, ich bin auf eine Landmine getreten. Warum machst du sowas? Hast du Hunger? Lädst du mich ein? Das macht Onkel Sam. Mr. President, wir sind in diesem Krieg an einem Punkt angelangt, an dem wir einige der größten historischen Errungenschaften der Menschheit verlieren könnten. Die Nazis stehlen Kunstwerke in Warschau, Amsterdam und Paris. Ich soll mir ein Team suchen, in Sicherheit bringen, was noch da ist und den Rest wiederfinden. Monuments, man. Kampf von Roosevelt. Wie viele Männer? Momentan sechs. Grundgültiger. Mit dir sind sieben. Bist du nicht ein bisschen alt dafür? Ja. Ihr wurdet ausgewählt, weil wir euer Fachwissen und eure Fähigkeiten brauchen. Willkommen im Krieg, Sarge. Ist das zu fassen? Ausbildung in England. Ausbildung. Oh Mann. Ich komme gleich. Unser Auftrag lautet, auffinden und sichern von über fünf Millionen gestohlenen Kunstgegenständen. Das Modell seines geplanten Führermuseums. Es wäre eines der größten der Welt. Dafür braucht man viele Kunstwerke. Da haben wir Titel in Paris nicht bombardiert. Ja, aber London. Ja, ich weiß. Lieutenant, Sie haben weder die Ausrüstung noch genügend Leute dafür. Ja, lief doch gut. Die Nazis sind auf der Flucht, aber sie nehmen alles mit. Wir müssen also so nah an die Front wie nur möglich. Mich interessiert, was Sie dort gesehen haben. Tausende Kunstwerke. Sie haben alles fotografiert und dann zu Hitler gebracht. Wir müssen der dritten Armee zuvor kommen und rüber nach Deutschland. Wie kann ich Schäfe in unsere gestohlene Kunst zu stillen? Man kann Menschen einer ganzen Generation auslöschen, ihre Häuser niederbrennen, aber sie werden immer einen Weg zurückfinden. Vernichtet man jedoch ihre Geschichte, ihre Errungenschaften, ist es, als hätten sie nie existiert. Das will Hitler erreichen. Und genau dagegen kämpfen wir. Das ist eine Direktive, unterschrieben von Hitler. Das steht, wenn er stirbt oder Deutschland fällt, soll alles zerstört werden. Stopp, stopp. Ich glaube, ich bin auf eine Landmine getreten. Warum machst du sowas? Was gibt's denn? Unser Lieutenant hier steht auf einer Landmine. Warum machst du sowas? Ihr verbringt einfach zu viel Zeit miteinander. Nee, ich bin auf einer And оф Hast du sowas? Was muss das denn Vielen Dank.